Es ist und bleibt ein Bullenmarkt. Die Marktteilnehmer haben überhaupt kein Interesse hier irgendwie was zu zeigen in die Abwärtsrichtung. Gute Zahlen heute haben ihr Übriges getan und haben die Marktteilnehmer, die überhaupt keinen Druck nach unten aufgebaut haben oder auch nicht versucht haben, irgendwie was in diese Richtung zu bewerkstelligen. Wenn dann noch gute Zahlen kommen, na ja klar, in welche Richtung das dann entsprechend geht. Also insofern passt das Bild gut zusammen. Was gab es denn für Zahlen? Es gab Zahlen, ich kann es mal kurz einblenden. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann aus Deutschland. Nämlich Verbraucherpreiszahlen oder Preisdaten. Die Verbraucherpreise sind deutlich niedriger als zuvor und auch als erwartet. 3,8 beispielsweise hier im Jahresvergleich. 3,5 erwartet und 3,2 sind es geworden. Also mega, das ist deutlich besser als erwartet. Auch im Monatsvergleich die Zahl darüber mit minus 0,4 besser als zuvor und auch besser als erwartet. Außerdem gab es aus Europa, beispielsweise aus Deutschland. Wir waren ja gerade beim DAX eine Auktion für die 10-Jährigen und die sind weiter gesunken. Der Zins ist also bei 2,45. Also das ist ebenfalls niedriger. Auch bei den Italienern sind die 10-Jährigen deutlich niedriger als zuvor. Also wir sehen, dass am langen Ende ist der Zins deutlich schon wieder auf der Abwärtsseite. Das ist natürlich für die Aktien. Händler ein gutes Zeichen, denn man überlegt sich, der Druck für die Unternehmen, die zinssensibel sind, lässt nach. Gleichzeitig lässt es nach. Es ist weniger attraktiv, jetzt in die Rentenpapiere reinzugehen. Ja, was machen wir dann? Erkaufen halt Aktien. Also gute Gründe. Dann kamen auch noch gute Zahlen aus Amerika dazu. Also was das Wachstum angeht, GDP-Zahlen, also das Bruttoinlandsprodukt, würde man sagen. Mit 5,2 im Quartalsvergleich nach erwarteten 4,9 und zuvor waren es noch 2,1. Also auch besser als erwartet und dementsprechend alles keine schlechten Nachrichten. Und das wie gesagt fiel auf einen fruchtbaren Boden, denn die Marktteilnehmer hatten zwar einen Widerstand. Ich hatte den neulich hier mal eingezeichnet. Hab gesagt, na guck mal an der Stelle, da haben wir eine Chance, dass der Markt dreht. Aber wir sehen, dass der Markt hier null Druck aufgebaut hat. Weder jetzt hier am Tageschart, dass man da irgendwie was sieht, was klassisch dafür spricht. Noch wenn man hier mal so Intraday guckt, dass man sagt, naja gut, da wurde jetzt wirklich massiv irgendwie was aufgebaut. Nein, nicht wirklich. Und wenn dann noch gute Zahlen dazu kommt, steigt der Markt halt weiter. Insofern lagen wir gar nicht so schlecht. Gibt es noch Kaufmöglichkeiten aktuell? Naja, wie man dann entsprechend reinkommt, das muss man natürlich dann immer ein wenig selber gucken. Aber ein bisschen dieses Schub und wackelig wieder runter verhalten. Ich kann es ja hier im 5-Minuten-Chart noch mal zeigen. Einfach, dass ihr das seht, wann immer ihr so ein Verhaltensmuster erkennen könnt. Das war jetzt hier von gestern noch Schub nach oben, wackelig nach unten. Das heißt, die Aufwärtsseite stark, die Abwärtsseite schwach. Das sind immer so Ideen, wie man sagen kann, okay, da steige ich dann entsprechend noch mal ein. Ja, sollte man das jetzt wieder tun? Naja, guck mal, er hat jetzt ja wieder schon wieder so einen klassischen 5-Wähler gemacht. Hier war eine Pause, zack, da war eine Pause. Jetzt wäre wieder eine etwas größere Pause ja gar nicht so schlecht, aber immer noch klein. Vorsichtig, wir sind im 5-Minuten-Chart. Ja, aber ein bisschen wackelig runter würde uns wenigstens ein bisschen eine Chance geben, hier auf dem kleineren Arm wieder einzusteigen. Also für diejenigen, die jetzt sagen, Mensch, jetzt sind doch die Zahlen gut gewesen. Das geht doch noch weiter. Ich halte das nicht für unmöglich. Ich rechne zwar nach wie vor, also das hat sich nicht geändert, nicht, dass er jetzt sagt, du hast doch immer gesagt, es kommt ein Rücksetzer. Naja, dass ein Rücksetzer kommt, das ist also jetzt nicht irgendwie was ganz Spezielles. Der Rücksetzer wird ja definitiv kommen. Was uns allen nicht klar ist, mir eingeschlossen, wann er passiert ist. Muss ja nicht hier sein. Es kann sein, dass er hier passiert. Es kann sein, dass er da passiert oder da. Das ist der Grund, warum wir gesagt haben, wenn ihr raus wollt oder müsst, zieht halt irgendeinen Stop hinterher. Das ist alles in Ordnung. Geht nicht vorzeitig raus. Es gibt im Moment keinen Grund, hier die Positionen zu schließen. Zumindest mal keinen wirklich erkennbaren. Also Stop hinterherziehen und sagen, solange es läuft, läuft es. Und wenn dieser größere Rücksetzer kommt, dann eben gerne wieder im großen Bild ebenfalls Einstiege finden. Solange das nicht der Fall ist, muss das Ganze halt auf kleinerer Ebene passieren. Also es sieht danach aus, als ob wir ein gutes Zeichen hatten. Ihr dürft nur eins nicht vergessen. Die Zahlen sind gut, das ist keine Frage, aber Sell on Good News. Das heißt, sie sind ja jetzt nun raus, die Zahlen. Wo ist jetzt die Fantasie? Normalerweise wird an der Börse, so sagt man, Fantasie gehandelt. Ja, die Fantasie ist dann raus, wenn die Zahlen auf dem Tisch liegen. Ja, damit können wir uns dann jetzt verabschieden. Naja, das ist nicht immer so der Grundsatz. Also ich sehe jetzt noch nicht, auch aktuell nicht, auch wenn ich das hier im Fünf-Minuten-Chart eingezeichnet habe und ich es relativ realistisch sehe, dass das hier irgendwie so in der Richtung kommt. Geht nicht vorzeitig raus, wenn es nicht unbedingt sein muss. Bleibt drin, zieht einen Stop hinterher, sucht euch eine Zeitebene raus, die für euch passend ist. Dann habt ihr eine Idee, dass ihr den Stop alle paar Stunden oder einmal am Tag irgendwie hinterher zieht und freut euch über jeden weiteren bullischen Tag. Rechnet aber damit. Das ist die Aussage, dass dieser Rücksetzer folgen wird. Er wird kommen. Das ist also jetzt nicht irgendwie ein Geheimnis oder der Mann mit der magischen Voraussicht. Das ist normal, wenn ihr euch einen Chart anguckt. Wir haben ständig Rücksetzer. Das ist also nicht jetzt die hohe Kunst. Das Blöde ist nur, dass viele das dann vergessen und dann sagen, ja, jetzt bin ich dabei eingestiegen. Das kam jetzt unpassend. Ja, es kommt dann immer unpassend. Deshalb der Hinweis eben, wie ihr damit umgehen müsst. Das habe ich im gestrigen Video ziemlich breit getreten. Deshalb will ich das jetzt in epischer Tiefe nicht nochmal machen. Aktuell aber zumindest mal den letzten Widerstand hier deutlich erstmal überschritten. Das ist erstmal ein gutes Zeichen. Die Marktteilnehmer hatten ja auf der Unterseite schon keinen Druck nach unten entwickelt und jetzt sind sie sogar noch mal einen Schritt nach oben gelaufen. Das lässt zumindest mal ein bisschen hoffen. Für die Fortgeschrittenen unter euch zeige ich aber trotzdem mal eine Sache, die mir so ein bisschen ins Auge sticht. Wir hatten hier einen Rücksetzer. Wir hatten hier einen ähnlich großen Rücksetzer und dann haben wir hier eine vielleicht fünfte Welle-Extension. Ich will es nicht beschreien. Aber dann wäre jetzt tatsächlich baldiges Ende realistisch. Trotz alledem, es bleibt bei dem Satz, zieht den Stop hinterher. Nicht jetzt panikmäßig rausgehen. Kann weiter klettern. Das ist gar nicht unrealistisch, dass das passiert. Aber seid nicht überrascht von wegen, ja runter. Das hat uns niemand gesagt, dass es auch runtergehen kann. Doch, doch, deshalb Training Stop scheint mir da eine adäquate Lösung. So, Einstiege sowohl für die Long als der Short Seite. Short Seite sehe ich im Moment keinen Einstieg. Also weder auf Tagesbasis, vier Stunden Basis, ja auch im Fünf-Minuten-Chart sehe ich da nichts. Das weder beim Index noch beim Future. Das guckt man ja auch gerne immer so ein bisschen parallel an. Da seht ihr, dass das nichts hier irgendwie Druck nach unten aufbaut. Also kein Grund, jetzt hier die Short Seite massiv spielen zu wollen. Ich sehe es zumindest mal nicht in Chart. Das Verhalten deutet sich nicht darauf hin und im Übergeordneten ebenfalls nicht. Das heißt Long bleiben. Und wenn der Markt eben korrektive Rücksetzer bringt, na gut, und ihr es nicht verheben könnt, ihr sagt, ich will aber unbedingt mit dabei sein. Ich habe Angst, dass ich etwas verpasse. Ja, dann steigt halt bei korrektiven Rücksetzern entsprechend ein. Die gucken wir uns natürlich um diese Uhrzeit gerne in Amerika an, wie es da aussieht. Immerhin haben wir hier im Fünf-Minuten-Chart einen Rücksetzer hier in den letzten Stunden. Das ist 14,30 gewesen. Also das war hier die gute Nachricht. 14,30 gab es die GDP-Zahlen, die wirklich ja gut waren. Also besser als erwartet auch. Aber ihr müsst immer daran denken, man muss ja auch um die Ecke denken. Denn was bedeutet das jetzt dann wieder für die Notenbank, für den Zins? Also die Wirtschaft scheint kein Problem zu sein. Also ist die Inflation wichtiger. Das heißt, die Zinsen bleiben hoch. Ja, das mag der ein oder andere gedacht haben. Also für viele, die jetzt sagen, ein gutes Zeichen. Ein gutes Zeichen können an der Börse häufig schlechte Zeichen sein. Deshalb habe ich mir abgewöhnt, meine eigene Interpretation dazu machen. Sondern ich sage das so, gucken wir doch mal, wie die Marktteilnehmer reagieren. Aktuell nach den Zahlen zumindest mal erstmal mit einer Abwärtsrichtung. Wahrscheinlich aus Sorge, dass die FED eben keinen großen Druck verspürt, hier mit den Zinsen schnell runter gehen zu müssen. Das wäre zumindest mal eine logische Erklärung, die nachvollziehbar wäre. Wir sehen allerdings auch, dass die Abwärtsseite zwar deutlich, aber doch sehr korrektiv immer noch aussieht. Also noch nicht wirklich im Dramamodus. Im Übergeordneten zeichnet sich das auch nicht ab, weder im 4-Stunden-Chart noch im Tageschart. Aktuell beim Dow Jones zumindest mal noch nicht wirklich zu erkennen. Tageschart sowieso nicht, denn der Tag läuft ja noch. Das ist beim S&P grundsätzlich ähnlich. Allerdings, wenn ihr hier im 5-Minuten-Chart guckt, denkt ihr daran, was der Dow Jones hier für ein gewackelt hat. Und jetzt guckt ihr mal an, was der S&P hier hat. Da ist jetzt für alle Intraday-Händler unter euch ein möglicher Eyecatcher gesetzt. Worauf achten wir? Eine schnelle Bewegung. Was bräuchten wir? Eine wackelige Gegenbewegung. Wohin? In die Hälfte des Raums. Und dann brauchen wir den Trigger, den sogenannten. Und wer jetzt sagt, das ist doch ein Déjà-vu, hatten wir die Situation nicht hier ebenfalls. Ganz genau. Wir hatten eine Schubbewegung nach unten. Wir hatten eine wackelige Bewegung nach oben, in die Mitte wieder rein. Allerdings sind wir nicht getriggert worden. Für den Trigger merkt euch, letzte hoch, vorletzte hoch. Das Tief dazwischen ist ein möglicher Trigger. Eine andere Variante wäre eine mögliche Umkehrkerze. Wenn man dann sieht, dass er hier irgendwie was da hat. Ich kann ja mal kurz auf Kerze umstellen. Da war aber jetzt auch nicht wirklich was deutliches, was für Umkehr gesprochen hat. Und insofern, ja gut, dann muss man ja auch nicht zwangsweise short gehen in dem Fall. So, das Prinzip ist Geschichte. Ungetriggert. Der Markt hat das nicht wahrgenommen. Jetzt bietet sich die nächste Chance an. Also für alle Intraday-Freunde beim S&P 500, also in dem Fall der Future da drauf, die Schubseite gefällt mir. Wackelig wieder in die Mitte des Raums und dritte Bedingung, Trigger der Unterseite oder aber hier irgendwie ein schönes Wendesignal, dass man sagen kann, okay, das versuche ich mit einem engen Stop. Kann ich drüberlegen einfach und sagen, der Versuch ist es wert. Wenn er läuft, verdiene ich richtig viel Geld. Wenn es nicht läuft, habe ich verhältnismäßig wenig Stop-Weite. Natürlich spiegelt sich das dann in der Positionsgröße wieder. Das ist natürlich klar. Aber ich habe ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis für diesen Trade. Also S&P deutet sich ein bisschen an und da sehen wir auch den Unterschied zum DAO. Die Titel im DAO sind nicht sehr zinssensitiv. Das sind die Bluechips, die Standardwerte. Wer zinssensitiv ist, der allgemeinen Meinung nach, das sind die Tech-Titel. Warum sind die zinssensitiv? Weil sie häufig eben Liquidität auch eben sich verschaffen, noch über Anleihen und über den Zinsmarkt oder eben entweder dann den höheren Zins bezahlen müssen oder eben dadurch weniger Rendite dann eben erzielen durch die höheren Zinslasten, die dann da sind. Also die Sensibilität der Tech-Titel ist dort groß und wir wissen, dass der S&P recht Tech-lastig ist. Dieses Bild müsste sich jetzt bestätigen auch im Nasdaq. Wir können ja mal auf Nasdaq gucken. Ich habe es noch gar nicht gesehen jetzt hier in dem Chart in den letzten Minuten. Und ihr seht, es ist exakt das Gleiche. Ist sinnvoll, ist nachvollziehbar, weil beide Märkte da, was das angeht, relativ ähnlich aufgestellt sind. Nachdem die Zahlen in Amerika rauskamen, ging es, also die kamen um 14,30, ging es zwar erst noch mal ein bisschen hoch, aber spätestens nach Börsenbeginn haben dann die Nasdaq auch gesagt. Na gut, dann lass mal gut sein. Jetzt gehen wir runter. Also schöne Situation hier. Merkt euch das. Das sind vielleicht für heute Nachmittag für die Intraday-Freunde unter euch eine Short Chance. Das ist nicht gesagt, dass die dann über Kilometer nach unten geht. Aber wenn das die scharfe Richtung ist, dass die schwache Richtung wird in die Mitte. Trigger hier auf der Seite. Das, was ihr vorne habt, als Mindestziel hinten nochmal. Das ist die Grobüberlegung. Und wenn ihr dem mehr zutraut, das kommen wir gleich im großen Bild nochmal, wenn wir, wenn ihr dem mehr zutraut, dann macht ihr hier keine Gewinnmitnahme, sondern zieht den Stop tapfer hinterher. Und wenn er dann weit fällt, freut ihr euch über umfangreiche Gewinne. Wenn er dann nach der 1 zu 1 doch wieder dreht, na ja, dann werdet ihr hier irgendwo mit einem kleineren Gewinn halt ausgestoppt. Na gut, meine Güte. Aber man war wenigstens mit dabei. Andere Option ist Teilgewinnmitnahme. Ein Teil hier mitnehmen an Gewinn, den Rest laufen lassen, in der Hoffnung, dass es vielleicht noch weiter fällt. Ist das begründet, dass es weiter fällt? Na ja, gerade beim Nasdaq ist es eigentlich so, wir haben das Allzeithoch, nicht das Allzeithoch, das Jahreshoch. So muss ich sagen. Das haben wir erreicht. Ich zeige es nochmal hier an. Und wir alle kennen das. Die Märkte lieben es, ein Hoch zu übersteigen und anschließend nach unten zu kommen. Hier hatten wir bisher noch keine Wendesignal. Das hier vorne, über das haben wir letzte Woche schon gesprochen, das war Fehlsignal. Das hat nicht funktioniert. Hier gab es kein Wendesignal. Eventuell heute. Ihr seht, hier ist ein neues Hoch. Das ist die heutige, das heutige Tageshoch hier im Future. Und wir sehen, es kann sein, vorsichtig, der Tag ist noch mittendrin. Also hat ja gerade erst angefangen in Amerika. Es ist denkbar, dass das hier ein Wendehammer wird. Entschuldigung, ein Shooting Star ist ja nach oben in der Tail. Also so ähnlich wie hier. Das an einer Situation, die sowohl im 5-Minuten-Chart sich durchaus nach unten Platz verschafft, als auch hier an der Jahreshochmarke. Allzeithoch ist ein bisschen weiter höher. Ihr seht das hier. Also ich sehe eine realistische Chance, dass die Marktteilnehmer hier auf Schwäche kommen. Ich würde noch nicht jetzt massiv auf die Short-Seite gehen, außer im 5-Minuten-Chart, wer den kurzen Rahmen handeln möchte. Oder aber, falls es hier eben tatsächlich zu diesem Umkehrsignal kommt, das getriggert wird, wäre das ebenfalls ein Short. Wenn das einigermaßen sinnvoll umsetzbar ist, kriegt ihr von mir sicherlich einen Hinweis dazu. Aber falls es mir nicht gelingt, euch das rechtzeitig vielleicht zu sagen, je nachdem wann es passiert und wie sauber das ist, guckt selber ein bisschen danach. Das kann sein, dass wir hier entsprechend gut aufgestellt werden, was den Tech-Markt angeht. Kleiner Hinweis, Apple hatte ähnlich eine Situation, die schon nach unten weist. Und wir haben eine ganze Reihe Alphabet und Amazon und wie sie alle heißen, die in einer ähnlichen Situation sind, die eigentlich nach einer Korrektur schreien, auch wenn man sie bislang noch nicht wirklich sehen konnte. Mal gucken, behaltet es bitte im Auge. In diesem Sinne euch erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und schaut mal, ob ihr das eine oder andere davon für euch verwerten könnt.